Industrieklebstoff Das ist was völlig anderes als Bastelkleber. Also häufig beschäftigen wir uns mit Elektronik. In fast jedem Handy sind unsere Klebstoffe drin und dort müssen sie sekundenschnell aushärten, teilweise den Strom leiten oder zum Beispiel die Akustik verbessern. Bei Autos muss der Klebstoff auch unter extremen Bedingungen halten. Ohne Klebstoffe gäbe es keine Elektromotoren und ohne Elektromotoren gäbe es keine Elektroautos. Und weil es da vor allem auf Festigkeit ankommt, wollten wir wissen, was maximal drin ist. Und was eignet sich da besser als der Guinness World Record? Also insgesamt lief das Projekt jetzt so über ein Jahr und wir haben da mit zehn Abteilungen zusammengearbeitet. Da wurden Probekörper gefertigt, es wurde ein Klebstoff entwickelt und dann wurde alles zusammen auf Herz und Nieren getestet. Also die Latte für den Weltrekord, die liegt ganz schön hoch. Mit nur drei Gramm Klebstoff auf der Fläche einer Cola-Dose einen 18 Tonnen LKW hochzuheben, ist schon ganz schön. Ich hoffe natürlich, dass das klappt. Die Laborversuche waren schon mal ganz okay, aber draußen bei Wind und Wetter kann es natürlich auch ganz anders ausschauen. flowpronion Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020